Musik Wie jedes Jahr fand er heuer am 10. März 2014 am Institut für Musikpädagogik Graz eine Fortbildungsveranstaltung mit neun Liedern für den Musikunterricht statt. Musik Die beiden Referenten des diesjährigen Liederbrunnens, Sebastian Meixner und Christoph Neuhold, brachten eine Menge an Tipps für Einsingen im Klassen- oder Chorverband und diverse Lieder aus den aktuellen Charts für den alltäglichen Gebrauch in der Schule. Musik Neben den aktuellen Hits wie Wrecking Ball, Dynamite, Raw oder Wake Me Up wurden auch für den Schulunterricht geeignete mehrstimmige Werke dem Publikum bestehend aus Studenten und Lehrern aller Schulstufen präsentiert. Musik Musik